Mit der Kopfnummer 105 sehen wir ein weiteres Hengstfuhl von For Pleasure aus einer Comint. Kidam de la Velle, Landgraf, Kalypso 1, Mutter. Züchter und Besitzer, wieder der Hausherr, die Zuchtgemeinschaft Lörden-Witz und Föhr, Stammnummer 474a und geboren ist dieses Fohlen am 25. Mai. Musik Gestalt. Ja, auch dieses Fohlen wurde prämiert. Wir gratulieren und sehen ihn nachher wieder. Ja, auch dieses Fohlen.